Moin und ganz ganz liebe Grüße von mir. Ja, heute mal ein kurios kurzes Video. Es ist Spätsommer und die Blindschleichen abends kommen die, legen sich auf die asphaltierten Wege, weil das da natürlich noch schön warm ist und werden leider leider von den Fahrradfahrern, aber auch wenn bei uns man Auto fährt, von den Autos überfahren. Von daher, ja, versuche ich die zu motivieren ins Gras zu gehen, ist nicht so ganz einfach bei den geschlängelten Viechern und ich muss auch sagen, so ganz geheuer sind sie mir nicht. Nichtsdestotrotz, ich möchte nicht, dass die überfahren werden und gehe jetzt mal bei uns die Wege ab und dann werden sie zurückgescheucht. Also, das war es schon. Liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Ciao.